Hi zusammen, hier ist der Marco vom DesignersInn und ich möchte euch heute ein tolles Tool vorstellen und zwar Longtail Pro. Wozu brauchen wir Longtail Pro? Mit Longtail Pro können wir Keywords sehr schnell finden, die für uns wirklich interessant sind. Und das Tollste an dem Tool ist meines Erachtens die Konkurrenzanalyse. Das heißt, wir können hier sehen, welche Keywords, welches Suchvolumen pro Monat haben, aber auch wie schwierig es sein wird, diese Keywords dann tatsächlich zu ranken. Ich selber nutze jetzt Longtail Pro seit, boah, bestimmt zwei, drei Jahren. Es gibt auch andere gute SEO-Tools, gar keine Frage, aber das ist so mein Brot-und-Butter-Tool, wenn ich schnell Ergebnisse haben möchte, schnell loslegen möchte und vor allem, wenn es mir darum geht, die Konkurrenz der einzelnen Keywords schnell herauszufinden. Wie funktioniert das Ganze? Mal ganz kurz, ich zeige es gleich, wie es im Backend aussieht. Aber in der Regel geben wir hier unser Keyword ein, von dem wir denken, dazu möchten wir ranken. Dann starten wir die Analyse und hier wird dann im Detail geschaut, welche Keyword-Abwandlung gibt es denn zu unserem Keyword und wie hoch ist die Konkurrenz in diesen einzelnen Abwandlungen und in welchen Bereichen können wir unsere Konkurrenten wirklich ausstechen oder eben auch nicht. Und danach können wir dann entscheiden, ob wir hierfür Arbeit investieren oder nicht. Und dann haben wir hier noch die Profitabilität, also es wird geschaut, wie teuer in Anführungsstrichen ist ein Keyword. Sprich, wenn wir dazu Werbung schalten würden, was würde uns das dann in der Praxis kosten? Wie viel Geld können wir also sparen, wenn wir dieses Keyword in die Top Ten bekommen? Und zu guter Letzt gibt es hier auch noch ein Keyword-Ranker. Das heißt, unser Top-Keyword können wir hier eintragen und dann genau verfolgen, wie sich dann das Ranking über die Zeit mit diesem Keyword verhält. Okay, schauen wir uns mal an, wie das Ganze in echt aussieht. Wenn du die Seite startest, kannst du hier oben als erstes ein neues Projekt anlegen. Du kannst hier mehrere Projekte in deinem Account haben. Du siehst, ich habe hier verschiedenste drin. Hier habe ich mal meine Seite aufgerufen. Und hier wird diese Seite zunächst einmal analysiert, wie viele Domains verweisen auf deine Seite, wie ist der Trustflow, welchen Konkurrenzwert hat deine Website. In meinem Fall ein Konkurrenzwert von 45 bis 55. Was bedeutet das und warum ist das wichtig? Die Konkurrenz wird zwischen 0 und 100 bewertet, wobei ich gleich sagen muss, ab 60 findet man kaum noch Seiten. Da sind wir dann eher bei Apple und Telekom. Also das sind dann wirklich die super umkämpften Seiten. Spannend ist der Bereich also zwischen 0 und 60. Und hier wird die eigene Website, die Qualität der Website eingeordnet. Und dazu passend kriegen wir später in den Suchergebnissen hier unsere Konkurrenzanalyse. Und alles, was grün ist, ist hier im Bereich des absolut Machbaren. Da können wir ranken, was gelb ist. Da wird es dann schon schwieriger, diese Begriffe zu ranken. Und was gar keine Farbe hat, diese Begriffe werden wir zum Stand jetzt wohl nicht ranken können. Wie finden wir die Begriffe? Punkt 1, wir können Sie-Suchbegriffe vom Tool direkt suchen lassen. Wir können auch Konkurrenzseiten einfach auslesen. Also du hast einen Top-Konkurrenten und möchtest wissen, wie zum Henker rankt er eigentlich seine Seite? Welche Begriffe nimmt er für seine Optimierung? Dann gibst du hier die URL ein und das System sucht dir alle Begriffe raus, die mit diesem Konkurrenten zusammenhängen. Oder du gibst hier manuell deine Suchbegriffe ein, von denen du weißt, dass du diese ranken möchtest. Der schnellste Start, einfachste ist hier die Related Search. Also sagen wir, mein Thema ist jetzt WordPress. WordPress, Themes, kann hier dann ein bisschen einschränken, dass ich sage, gut, es soll mindestens 10 Mal im Monat gesucht werden. Und wenn ich das kaufen würde, dann möchte ich maximal 1 Euro dafür ausgeben. In meinem Fall lasse ich das jetzt so, wie es ist. Und ich möchte jetzt hier 100 Vorschläge zu dem Thema WordPress Themes haben. Starten wir mal unsere Suche. Und hier unten gehen wir jetzt mal zu Filter und bearbeiten diese. Und hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, unsere Listen zu filtern. Wir können hier Keywords, Sprachen, Locations, Rank Value, Suchvolumen, Konkurrenzwert, was auch immer, als Filtermethode auswählen. In meinem Fall sage ich, ich möchte jetzt alle Ergebnisse sehen, die den Begriff WordPress Themes haben. Und anwenden. Und jetzt sehen wir das Ergebnis. Hier haben wir Awesome WordPress Themes, Beautiful, Best Free WordPress Themes, Best WordPress Themes, Beste WordPress Themes, Buy, Cool, Creative, Deutsche und, 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 und. Und das Ganze sortieren wir jetzt einmal nach Volumen. Wir wollen ja möglichst viele Kunden erreichen. Klar, WordPress Themes reicht dann am meisten. Das ist aber auch sehr schwer zu erkämpfen. Und für uns, ja, da müssen wir schon Arbeit investieren, um das zu ranken. Also gehe ich jetzt hier die Liste einfach runter, bis der erste Grüne kommt. Und hier sehe ich, ah, den Begriff könnte ich möglicherweise ranken und dazu einen Artikel schreiben. Und jetzt können wir dazu passend 20 Abwandlung suchen. Oder wir schauen uns einfach mal an, was hier die Konkurrenz so macht. Und jetzt kriegen wir eine Detailanalyse, wie schwierig es sein wird, diesen Begriff wirklich zu ranken. Da haben wir jetzt die Top-Ergebnisse. Und hier können wir jetzt sehen, wie viele Domains ranken dahin, wie viele Backlinks haben diese einzelnen Seiten, wie sieht es aus mit Social Media, wie aktiv sind dann dort die einzelnen, wie alt sind die Seiten, interne Links, externe Links und so weiter und so fort. Und können dann da sehen, okay, können wir hier mithalten, können wir das besser machen, können wir den einen oder anderen vielleicht aus dieser Top-Ten-Liste rausschmeißen und uns dafür platzieren. Haben wir eins gefunden, dann starten wir dazu unsere SEO-Arbeit. Und wir können hier über den Rank Tracker dann Begriffe hinzufügen, die für uns interessant sind und schauen, wie sich das entwickelt. Wo laufen diese gerade? Also WP-Themes ist auf Platz 6, WordPress-Themes Deutsch 4, New WordPress-Themes, hat er schon gesagt, extrem umkämpft, auf Platz 11. Gestern waren wir in den Top-Ten drin, das ist natürlich super. Letzten Monat waren wir durchschnittlich auf Platz 12, also da haben wir uns dann um einen Platz verbessert. Und so hat man seine Top-Begriffe dann so ein bisschen im Blick. Was haben wir sonst noch? Wir können hier ein paar Backlinks durchsuchen, also wie ist unsere Seite. Hier habe ich mal das für meine Seite Kickstart Business gemacht. Hier sehen wir nicht nur einen Gesamtüberblick, was passiert an Backlinks, sondern, das ist auch sehr schön, wir sehen, wo sind Backlinks weggefallen. Also ist man hier in eine Partnerschaft eingegangen, da sieht man, oh, der hat jetzt den Backlink gelöscht. Was ist da passiert? Haben die hier Seiten umbenannt? Sollte man die mal anschreiben und fragen, warum die Backlinks gelöscht wurden. Und da haben wir dann die Daten dazu, wo die Links herkommen und welche Seiten direkt verlinkt sind und mit welchem Ankertext. Und dann haben wir hier noch ein sehr umfangreiches Bootcamp mit vielen Anleitungen, wie man das Tool dann vernünftig benutzt. Und auch ein paar Hinweise natürlich, warum man dann diese Researches machen sollte. Okay, das ist Longtail Pro. Ich finde ein sehr gelungenes Tool, vor allem besticht es dadurch im Vergleich zu vielen anderen Tools, die wir auch in der Agentur nutzen. Aber dieses ist extrem einfach vom Aufbau. Letzten Endes gebe ich hier mein Keyword ein, drücke auf Starten und dann kriege ich mein Ergebnis und sehe sofort, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und was wäre es wert pro Monat, wenn ich diesen Begriff ranke. Ich hoffe, das Video hilft euch ein bisschen weiter. Wenn ja, dann probiert es einfach aus. Es gibt hier einen kostenlosen Trial. Ihr könnt ja alle Funktionen einmal durchtesten. Und wenn ihr sagt, das ist was für mich, dann würde ich mich freuen, wenn ihr über meinen Link kauft. Da kriege ich ein paar Äumelchen von Longtail Pro als Provision. Aber das hat keinen Einfluss auf diese Review. Ich nutze das Teil tatsächlich selber in meiner Praxis. In dem Sinne, ich hoffe, es hilft euch. Bis dahin. Ciao. Der Marco. Der Marco.